Hallo, hierher mein Kühlkühnter mit recht herzlich willkommen auf dem großen Kanal, also meine kleine Idiot-Horror-Spielchen. Heute spielen wir uns am 3-Headed Santa, der dreikömpfige Santa Awakening. Made in two days for the ice heart, I would be a good idea to make a game in two days with a press base to beginn. Ist für die Unity Engine gemacht und vor allem natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne die ich ja gar nicht mach-ponsiorisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Wir können endlich den Weihnachtsmusstree, mein Lieblingszeit des Jahres. Ich muss 5 Bubbeln auf dem Baum finden. Lass uns das machen. What? Bubbeln auf dem Baum? Alter, brauchen wir... What the hell? Ist die Musik? Was hat er für... Was hat er für ein Auto?! What the hell? Der Rudolf the Red Nosed Red Deer Da, 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 da.. Oh, da, da, da... Ist das ein Bubbelbubbel? yes what oh my god this is crazy oder ist das ein bubble ich kann doch so gut hier was da alles hier stehen hat also dem nikolosi ja dem scheiße ja ziemlich gut zu gehen da ein führten schüchel ja wo bin ich hier noch die die baube baube jorge ich habe gerade mal einig gefunden die 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 wir gehen mal hoch oder die musik noch dazu die musik erinnert mich hier an die bachart von jose haus ist es ist ein developer von jose haus ich komme nicht mehr runter ich komme nicht mehr runter ich kann mich noch daran erinnern für die leute wo ich es angeschaut haben jose haus da wo wir hier die stelle angetreten haben unseren nebenjob beim jose falls ich noch der ein oder andere erinnern kann der das sich überhaupt angeschaut hat komme ich jetzt runter ja dann springen wir halt runter he 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 einer fehlt noch die sind gut ein einziger fehl und so guckt euch mal diese reine plätze ja sieht aus wie son lamborghini oder lamborghini ich kenne mich alleine mit dem auto so ist aber warum mal als die treppe nicht mehr runter kann das frage ich mich das ist das für eine riesen steckdose uns fehlt einer ein baule 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 aber wo da liegt schon alles hier ein extra large hier oder was das ist nicht Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Weil die Türen aufmachen kann ich auch nicht. In der Badewanne ist ja auch nichts. Na, 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 na. Morgen ist Heiligabend. Und hier habe ich ja komischerweise auch nichts gefunden. Oh, da können wir aus dem Haus rausschauen. Ja, Leute. Leute, mir fehlt hier eine Bubblewubble. I don't know. Call James to Tuesday. Leute, wisst ihr, wo das Ding ist? I don't know. Ich kann ja auch nichts aufnehmen oder sonst was. Oder entfernen oder morgen nicht. Ich sehe da, jetzt komme ich da mal nicht runter. Ja, ne? Das ist doch mysteriös, oder? Das ist doch lustig. Ja, das ist doch lustig. Ehe. so I am gonna put 3 stars on the top of mine. I think I left them on my Lamborghini in the garage. Lamborghinis. Ja, wie mache ich ihn auf? Ah. Ja, hier, hier sind die Stars. Hallo? What? Ja, aber ich kann das Ding nicht aufmachen. Wieso, wieso kann er mir hier das Ding hier geben? Hä? Why? Das ist von Mara von Jus' Haus, Hulabro. Nice. Well, time to go to bed. It's Christmas tomorrow. Hell yes. Oh yes. Oh my god. It's Christmas day. I can't wait to see what gift Santa has left me. I hope I got another Lambo. Wait a minute. Hey. What the? Who the hell stabbed my lampshade? It's supposed to be Christmas. Something isn't right. What? What's wrong with the Christmas tree? Habt ihr gesehen? Draußen war was. Draußen war auf jeden Fall was. What? I have no idea. It is who. Why is my present in the bathroom? Poppa, warum hab ich mir geschenkt hier am Badezimmer? What the? Oh, son. Just that. My hat. Where am I? I think I've been kidnapped. And what the hell was that thing? Was it three headed Santa Claus? Ho ho holy shit. What? There's someone here, Silent Hill. What the hell? Fun. Really? Oh. I need the key. What the hell? Ich glaube, ich bin aus der Map raus, oder? Ich habe keine Ahnung. Er braucht einen Key. Wo bin ich denn jetzt hier? Holy moly, wo bin ich denn jetzt hier rausgegangen? What? Where am I? Out of the Map, or what? Nee, das scheint nicht so. Aber wie soll ich da hier ein Key finden? Ich glaube, ich bin doch aus der Map raus. Es guckt mir mal so vor, ich weiß es nicht, Leute. Ja. Ähm. 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 Stopp. Ja. Oh. 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 auf den killer hier killer snowman ich möchte oder da rein war es ist hier leute wo war jetzt hier die öffnung wir haben jetzt schlüssel jetzt finde ich über den schlüssel jetzt kommen da nicht mehr rein wird nach hause ich möchte nach hause gehen ich habe keine ahnung ich habe ein schlüssel in der hand ich bin dabei recht100 tier.de Naja naja ich hab hier U va Arenda ja freude ich weiß ich wollte ich finde hier kein weg hier das ist ich glaube ich finde hier kein entkommen es gibt keine kommt für mich nur ist kate for the rusty band und vor allem man kann ja nicht hier löffel abgeben bei dem spiel anscheinend weil die köpfe allakieren wie sie wollen da passiert ja nichts aber ich finde halt den unseren durchgang nicht oder das passende schloss dafür finde ich kann mir noch so mühe geben ich kann´t found PIKIHOLE ne leute ne leute ne no no wait ich wüsste nicht wo ich hin soll im tannbaum und irgendwann bist du am ende hier am ende deiner reise angekommen russi mann russi mann geh nach haus keine ahnung keine ahnung planlos willlos russi no idea ich kann ja noch drei stunden laura tut sich nix mehr ich finde einfach nicht mehr oder hier das sieht doch schon ein bisschen besser aus der chainsaw holly molly Leute, ist das dein Ernst, wo soll ich da jetzt hinlaufen, ich habe gar kein Plan, das ist ja, das ist ja in ihr Garten hoch 10, ja, ohne, äh, oh no, fun. Leute, 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 ich mag den mir, ich mag den mir, ich mag den mir, ich bin mit meinem Pseudolateig am Ende, ja, aber really. Also, you did it too, didn't ya? Who the fuck are you? You also put three stars on the top of your Christmas tree? We were so foolish, we wanted to have a better Christmas tree than all the others, and now we must pay the ultimate price. Do you think that putting three stars on top of the Christmas tree has summoned three-headed Santa and Chainsaw Minions? Yes. Damn I think you're right. Why are you naked? It's Christmas, I never wear clothes at Christmas, it's a celebration. Nice. I've been a bad boy, Mr. Santa, but I'm not dying today. What? What the hell? What? I don't know if I'm playing. I don't know if I'm playing. Baisersberg, play! ich bin außerhalb der map ich bin aus der map ich bin in der map wo bin ich jetzt bin ich in der map bin ich aus der map ich glaube da bin ich doch reingekommen okay stop 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 Löe lef, löe lef What? Chau What? Däh, Däh, Däh. Freunde. Freunde, das war Three Headed Santa. Stop that. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, was du sehen würdet. Freut werden, wenn ihr euch einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Wir werden dieses Video schreibt, was ihr guckt daran. Aktuell die Blogger. Falls ihr kein Abo habt, drückt und drückt. Press that button. Do subscribe. Ansonsten dieses Leben habt ihr Spaß. Schön sich wieder. Bleibt gesund. Und passt dann wieder auf. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschöön mit euch. Eure Rosti. Sehen guten Bye. Stay healthy, my friends. Bye Bye. Hallo. Willkommen watching auch und Untertitelung des ZDF, 2020